und damit hallo und herzlich willkommen zurück hallo stein hallo mächtige kugel suchst du noch nach deinem zauberer ja ich bin an ihn gebunden ohne seine essenzspur der ich folge und aufsammel vergehe ich seine essenzen die er beim umherwandern verliert halten mich gerade so am leben wie kamst du hierher durch ein portal es dürfte nicht existieren eine verbindung zu den anderen welten konnte noch kein magier erschaffen weshalb wollen die magier in andere welten reisen nach dem großen bruch konnten die magier sich nur mehr durch das nether verständigen scheinbar haben sie einen weg gefunden um die welten durch portale zu verbinden und irgendwas scheint zu passieren die welten scheinen zu zerfallen die bewohner werden langsam seltsam und unberechenbar als ob eine sehr mächtige magie am werk wäre ob das alles mit dem stein zu tun hat den der magier letztens bei sich trug am besten ich forsche in den alten schriften ich muss los ja dann muss ich jetzt noch mal eben gucken genau damit mache ich das an und hier unten glaube ich kann ich springen es ist nämlich schon wieder ein paar tage her dass ich gespielt habe jetzt muss ich mal eben gucken ah damit damit konnte ich springen okay gut dann habe ich eben die falsche taste in der hand gehabt ich glaube das lasse ich lieber weil sonst bin ich hier gleich komplett aber da hinten die sollte ich mitnehmen ja ich bin komplett übermüdet ehrlich gesagt und habe noch nicht meinen ganzen kaffee für heute intus also sind wir ehrlich was kann schon passieren bei dem spiel das werden wir doch jetzt meisterhaft machen das war ein bisschen sehr viel gesprungen nein 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 oh komm 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 muss ich da überhaupt hoch ich muss da gar nicht hoch oder ich kann auch da weiter manchmal ist es besser die sachen so ein bisschen zu überspringen wenn man weiß okay das schaffe ich sowieso nicht so mal eben ja das habe ich noch geschafft müssen wir hin weil ich nämlich sonst zu viel verliere müssen wir daran irgendwie gucken so okay das können wir nicht kaputt machen oh meine essenzen meine essenzen das können wir dann dementsprechend auch nicht kaputt machen hm es tut mir leid es tut mir leid ich wollte eigentlich nur die musik gerade ein bisschen runterdrehen dass das nicht so laut ist weil das ist bei mir in den kopfhörern doch extremst laut und da bin ich aus versehen drauf gekommen dass der ins hauptmenü gegangen ist dafür können wir anscheinend jetzt die die dinge nochmal neu einsammeln das ist natürlich ganz cool so trick 17 ähm gut jetzt bin ich gerade nur am gucken ich hoffe ich gehe jetzt überhaupt in die richtige richtung nein da war ich doch schon ja das haben wir doch schon alles du wolltest los es tut mir leid es tut mir leid jetzt bin ich mir allerdings nicht sicher ob ich jetzt diese flasche überhaupt genommen habe die wir jetzt da hinten gesehen haben oder ob das danach jetzt gar nicht gespeichert hat ich gehe nochmal kurz dahin oder ich rolle mal kurz dahin besser gesagt kriege ich das so ne kriege ich nicht mit einem hops hin da müssen wir gleich mal gucken was wir da machen können schwuppdiwupp ach naja zumindest teil davon kriegen wir dann doch nochmal hin ja jetzt ist die flasche nämlich auch wieder da ah ok 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 nein 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 beim letzten mal habe ich die so schön bekommen ja ok dann rollen wir jetzt wieder zurück ja wie gesagt es tut mir leid bei mir ist das nur ich weiß nicht ob es generell so ist aber in den kopfhörern war es jetzt so extrem laut grad mit der musik und dann habe ich gedacht drehst du mal zwei drei stufen runter und ich doof bin dann gar nicht auf optionen gegangen sondern irgendwie auf menü gegangen warum springe ich eigentlich so weit ich hatte das gefühl dass ich beim letzten mal nicht so weit gesprungen bin so ne moment das war jetzt zu weit oder nicht jetzt doof es war doch da hinten da müssen wir hin ich sag ja ich habe noch keinen Kaffee in den Toast der steht zwar neben mir ist aber noch ziemlich heiß und ich bin total übermüdet von heute Nacht weil ich musste ziemlich lange noch arbeiten ach da geht es auch noch von 1 Moment ne 2 3 4 ist doch richtig mal gucken ich bin mir nicht sicher was wir jetzt hier genau machen müssen aber wir müssen auf jeden Fall ein Rätsel lösen und ich befürchte irgendwie dass wir dabei erstmal sterben werden weil ich das zu spät merken werde was ist das denn hier ähm kann man da irgendwie ne anscheinend nicht warum ist das so dunkel ich weiß dass die Level dunkler werden wenn die schwieriger werden ok hier kann man drüberrollen aber es bringt uns nicht viel 1 jetzt müssen wir hier so ein Domino machen oder das kann natürlich sein 1 3 war es glaube ich ich konnte es nicht ganz das ist weiß ach das ist vielleicht zurücksetzen oder sowas aber ne glaube ich auch nicht weil das geht ja direkt zurück das ist rosa weiß rosa schwarz ach so muss ich gar nicht Moment dann gucke ich nochmal kurz nach ähm wo war das jetzt lalalala es waren noch die Farben in Kombination mit denen genau dann muss ich mal eben ganz schnell mein ach jetzt komme ich da nicht rein mein Zettel hier raus ich sehe hier aber gerade gar nicht hallo kann der mal liegen bleiben ich weiß das ist mein Controller das ist unheimlich nervig äh weiß ist 1 ich kann es nicht richtig sehen was das jetzt für eine Farbe sein soll orange würde ich jetzt mal sagen mit Fragezeichen ist 2 beige schreibe ich mal auf ist 3 hier ist es unheimlich hell und gelb ist 4 ok bin ich froh dass ich damals in der Schule römische Zahlen gelernt habe das ist eins der wenigen Sachen die man tatsächlich aus der Schule mitnimmt zumindest wenn man Computerspiele spielt es gab schon in in ähm Indiana Jones römische Zahlen und ja hier war weiß oder ne das naja man könnte das als weiß zählen ich bin mir nicht aber weiß 1 das ist da drunter Moment 1 da ist wieder rosa da ist 4 auf dem Kopf da ist beige und 2 Moment beige 2 jetzt gucken wir hier nochmal kurz was war das jetzt ähm das war die 4 auf dem Kopf da ist ja so eine Art Orange also ich denke dass wir die kombinieren müssen weil das sind genau die Farben letztendlich da ist schwarz da ist rosa ich schreibe mir das nebenbei mal eben auf ich bin ja ne direkt aufs zweite gedrückt und schon habe ich wieder vergessen was davor gewesen ist ich bin zwar unheimlich gut komischerweise in so Sachen wie Memory oder so aber wenn ich weiß eigentlich geht es um nichts in Anführungszeichen dann sagt mein Gehirn sich nö dann merkst du dir das halt auch einfach nicht ich weiß nicht warum mein Gehirn ist einfach gemein zu mir das ist so ein hellblau ist das aber hellblau habe ich nicht so richtig gesehen hinten Moment ähm also weiß und 1 1 war hier unten so jetzt muss ich mal gucken ich hatte so eine Art Beige da oben ich weiß nicht ob die das jetzt als weiß interpretieren setzt sich aber wieder zurück hm oder soll ich nur die Zahlen vielleicht bin ich jetzt hier am Anfang ja ich probiere mal nur die Zahlen erst mal 1 ähm dann die 2 naja die bleiben jetzt anscheinend drin dann habe ich ach ich habe die 3 gar nicht gefunden fällt mir gerade an äh äh nein nicht darüber nein 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 ach doch Moment der unten das war die 3 ach ich habe mich gerade verguckt dann 3 und die 4 war dann hier oben so ich wollte gerade sagen irgendwas passiert jetzt hier oder was aber das ist doch am Anfang schrubti wupp schrubti wupp guck mal so ein Rätsel kriegen wir auch noch hin obwohl wir noch keinen Kaffee intus haben das ist doch wunderbar aber ich muss es mir aufschreiben okay aber das geht einfach schneller als wenn ich jetzt hier rumrate und ach das war doch da und dann war es dann am Ende doch anders uh nein nicht erprallen nicht erprallen oh warum bin ich extra mittig da reingerollt Kugel kannst du mir das sagen wir machen mal so ein Frage und Antwort Spiel warum bin ich mittig reingerollt weil ich nicht in die Falle reinrollen wollte ihr könnt mich mal ich habe jetzt schon die Krise wenn ich da nur dran denke äh so hoch kann ich aber nicht springen nein aber so weit kann ich doch auch nicht springen oder nein nein bleibt da drauf ist doch jetzt schon weg ne 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 so hoch kann ich nicht springen äh wie soll ich das denn machen äh hm haben wir jetzt nicht sowas wie ein Megasprung oder sowas ich müsste eigentlich rollen aber ich kann ja jetzt schlecht rollen achso ich muss Moment oder ich muss die Phase abwarten das kann natürlich he he das kann natürlich auch sein aber ob wir das jetzt so hinkriegen wie wir das jetzt wollen das ist die andere Sache und das hier vorne ist glaube ich kürzer ne der braucht nicht so lange wie der hintere oder na na ui naja war gut gedacht war nur ein bisschen scheiße gemacht warte oh mein Gott ich glaube das wird wieder die erste Stelle werden für heute wo wir so gar nicht weiter kommen Moment da brauche ich jetzt erstmal kurz einen Schluck Kaffee für ich weiß das läuft auf Zeit hm ich bin auch nicht konzentrierter dadurch aber es ist schon warm im Hals weil seit heute morgen ist es ja nicht mehr sooo oh ja jetzt gehen ja es war klar dass der so spät ist drauf geht trotzdem ich komme doch nicht da oben ach ja 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 ok keine Ahnung ob ich das jemals hinkriegen werde aber ich weiß jetzt wie es geht nein nur weil der warum macht der das nicht die ganze Zeit ich höre den hauen aber der haut nicht ja gut aber zumindest weiß ich schon mal wie es geht das macht es nicht besser weil ich es nicht kann aber zumindest weiß ich wie es geht ähm ja nein hallo so machen wir hier keine Schande aber aber der geht nicht höher oder haben die wirklich erbarmen mit mir dass das nicht wieder höher geht nach einer Zeit ne das geht auch gar nicht richtig runter hä ist das nicht eben runter gegangen weiß ich doch nicht wie die lösung ist weiß ich doch nicht wie die lösung ist ach kommt leute tut mir das jetzt nicht an nein tut mir das nicht an nein 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 ach komm das geht wirklich nicht ne oder doch der ist aber doch tiefer gegangen oder 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 kann der nur einmal tief ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet beim ersten mal kann der nur einmal tiefer gehen eventuell Moment ne der ist aber der ist nicht tiefer gegangen das ist nur eine andere Perspektive jetzt gewesen oder oder der ist von ach das war so klar oder der ist von eben immer noch tiefer weil er war definitiv höher ganz am Anfang definitiv so Moment ich sage halt diese diese Sache mit der Perspektive ist wirklich blöd wenn man am Controller spielt aber das habe ich mit jedem Spiel nur ich ich kann solche Spiele nicht mit Maus und Tastatur spielen das ist es ne das geht nicht so so ja 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 wir sind oben wir sind oben wir müssen nur noch oben bleiben und da müssen wir gleich auch noch das Ding treffen das wird jetzt beides nicht so leicht werden ähm irgendwie wird die Musik auch immer lauter nein 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 ich wollte doch nur nach unten gucken nein jetzt ach komm ey dein Ernst jetzt jetzt bist du extra am wegfahren nachdem ich gesprungen bin oder was da der Ball ja so schwerfällig ist dauert das immer noch einen kleinen Moment bis der dann auch tatsächlich springt ach komm ich hasse euch das sage ich jetzt schon mal hihihi oh komm 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 ne 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 das tue ich mir jetzt nicht an so so nein 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 wir warten bis der wieder kommt wir warten wir warten so so das Problem ist ich kann ja auch nicht ruhig liegen bleiben weil wie gesagt mein Controller sonst immer so ein bisschen zuppelt nein ach komm du assi okay die zweite Platte mag mich nicht so viel haben wir schon herausgefunden sollte ich tatsächlich noch 50 Versuche brauchen oder vielleicht auch den einen oder anderen mehr werde ich das dann wohl in Zukunft rausschneiden mhm ihr wisst ja jetzt wie es theoretisch gehen sollte und ihr dürft dann auch gerne sehen wie es am Ende dann wirklich auch ausgeht nein ich mach das nicht direkt so das ist mein Hammer da ne das ist ein Schaufel das ist meine Schaufel da unten mhm so am besten schon springen wenn der noch nicht da ist genau nein und geht er hoch geht er hoch okay sehr schön sehr schön es tut mir leid wenn meine Stimme heute so kratzig ist aber es ist noch sehr früh am Morgen oh das sieht man so gar nicht oh das wird doch so düster wie ich mir das gerade vorstelle nachtigallikörde trapsen ich glaube wir müssen wirklich oben irgendwie rumspringen oder so kann das sein hab ich jetzt das ganze Licht hier raus geholt mach mir die Tür auf ich will doch nur durch die Tür durch ihr Schweine äh so oh ja da müssen wir was müssen wir damit machen draufhauen ich weiß es noch nicht auf jeden Fall müssen wir irgendwie da hochkommen das wird schon schlimm genug sein für mich mache ich mir nichts drunter vor ähm achso ich wollte gerade sagen da müssen wir doch eigentlich so hoch kommen ja ja Perspektive ist manchmal ein bisschen aber na 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 ja sag mir bitte dass das nicht auf Zeit läuft ich bin nicht gut in Dingen mit Zeit aber wir haben das jetzt einmal kaputt gemacht eigentlich dürfte das nicht auf Zeit laufen oder ich bin mir nicht sicher äh das das ist jetzt nein nein komm 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 nein das willst du gar nicht achso ne Moment wir kommen hier rein ah das willst du auch nicht aber das ist besser als wenn ich da drüber springen müsste sie komm geh da drauf geh da drauf cuma ne Wo hast du mich jetzt zurückgesetzt? Ach so, nee. Och nö, ne? Aber ich muss die Sachen jetzt nicht nochmal alle eins... Das ist doch doof. Wieso werden wir hier an den Anfang zurückgesetzt? Aber gleichzeitig können wir keine neue Zeit wieder einsammeln und verbrauchen jetzt erstmal Zeit, um da hinzukommen. Ich mach das erstmal links, würde ich sagen. Ähm, das ist scheinbar ein ganz klein wenig schwieriger als rechts. So. Ja. Oh ja, ja, ja. So, die Frage ist... Komme ich da jetzt direkt wieder runtergesprungen? Theoretischerweise, ne? Oh, sag mir bitte, dass das geht. Sag mir bitte, dass das geht. Sag mir bitte, dass das geht. Oh, danke schön. Manche Entwickler sind ja so gemein und bauen dann da so eine unsichtbare Barriere ein. Ach nee, Moment. Das ist... Das ist schon... Da brauchen wir gar nicht mehr hin. Das ist doch super. Wenigstens das ist gespeichert. Die Frage ist jetzt nur, es wird schon wieder dunkler. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Irgendwas ist hier im Argen. Das ist wieder so... Ne, das ist aber nur eine Leuchte, ne? Äh. So gemein seid ihr nicht, oder? Nein. Nein. Nein, oder? Oh, ich hab's ge... Boah. Es war zu offensichtlich. Es war zu... Boah. Ich hasse solche Platten-Dinger. Wirklich. Ich hab die auch schon immer in anderen Spielen gehasst. Bei Teso haben sie es dann auch irgendwann mal eingebaut. Ähm. Wobei es dann natürlich wesentlich einfacher war. Da musste man jetzt auch nicht springen oder so. Theoretischerweise müsste ich... Ähm. Hier kann ich noch nicht viel... Hab ich nicht viel Platz zum Springen? Theoretischerweise müsste ich das so machen, dass ich da... Ah. Nein, nein, nein. Warum kann er manchmal weit springen und manchmal nicht? Ich glaub, das liegt da dran, wie wir rollen. Ich sag schon gar nichts mehr. Aber ich möchte schon gerne darüber. Da sind zwei, aber... Das Beste wäre natürlich, irgendwo drauf zu springen, wo tatsächlich zwei sind. Aber ich werde wahrscheinlich nur einen Sprung schaffen, wo eins dazwischen ist. An den Händen ist es auch. Oh, nein, 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 nein. Oh. 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 Okay. Okay. Nein, 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 nein. Oh. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da hinten... Moment mal, da kommen wir noch rauf. Ja, 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 ja. Und... Nein, 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 nein. Nicht so weit an den Rand. Nein, 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 nein. Oh. Yes. Ach, krieg ich jetzt irgendwas? Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Es ist mir scheißegal. Hauptsache, wir kommen jetzt hier weiter. So. Mehr kann ich nicht? Okay. Oh, muss das beides gleichzeitig Feuer sein? Ja. Muss es. Soll ich mir aber holen, oder? Also nicht, dass ich jetzt hier reinspringe und dann kaputt gehe, oder so? Ich denke mal, das ist ein Angriff, aber ich bin mir... Achso, ja, hier oben. Ähm, wie schaltet man nochmal da? Ah. Okay. Okay. Muss ich ein bisschen üben, aber... Ich weiß nicht, was gerade da stand, aber irgendwas habe ich richtig gemacht. So. Sehr schön. Machen wir das erstmal. Sehr, sehr geil. Och, und hier ist ein neuer Händler. Sehr schön. Hallöchen. Hallo. Äh, wer bist du? Ich heiße Anita und ich bin ein Zauberlehrling. Ich reise durch die Lande und übe mich in der Kunst des Heilens, um eines Tages eine große Heilerin zu werden. Meine zweite Leidenschaft ist die Mode. Für etwas Essenz kann ich dir helfen, großartig auszusehen. Das ist doch der gleiche Text, den wir schon mal gelesen haben, oder? Ähm, was bietest du an? Fragen wir mal direkt. Aber eigentlich will ich ja gar keine Essenzen ausgeben. Bin, also sag ich mal auf Wiedersehen. Ja, und ich würde auch sagen... Deswegen gehe ich jetzt mal ins Menü, damit die Zeit nicht abläuft. Ich würde mal sagen, dass das eigentlich ein ganz guter Checkpoint ist hier. Und dass wir hier dann in der nächsten Folge weitermachen werden. Wir haben uns jetzt eine neue Angriffskraft geholt. Ich weiß nicht, ob die jetzt gegen Gegner besser ist. Das müsste man mal ausprobieren. Nein, ich möchte es nicht ausprobieren, liebes Spiel. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Aber ich denke, wir sind trotzdem recht gut durchgekommen. Auch wenn es so die ein oder andere Stelle... Ja, mein Controller spielt wieder verrückt. Auch wenn es so die ein oder andere Stelle gab, wo ich gedacht habe, oh Gott, was machst du jetzt hier? Also die Sprünge, die sind immer noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen relativ. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Weil man braucht halt ein bisschen Anlauf, damit man wirklich die Sprünge hoch machen kann. Und wenn man die jetzt natürlich auf so eine kleine Platte da Schwung holen muss, um einen Sprung zu machen. Und in der nächsten Platte darf man nicht drüber kommen. Das ist... Oh, ich habe hier innerlich wirklich, ähm, geschwitzt wie sonst was. Bin ich ganz ehrlich. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Break. Und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.